ja dann machen wir das doch würd ich sagen was ist denn hier vorne was ist denn das für ein pokal hier wo denn stockwerk ne noch ein stockwerk weiter unten ich sehe keinen pokal mehr ich hab ihn letztens gesehen aber jetzt nicht mehr wo seid ihr jetzt runter oder hoch ja ja hier ist doch ein pokal wo ist denn bei euch ein pokal belohnung champion aber bei der bei der doktorin hatte so achtet habe ich besonders geholt ja wahrscheinlich bei dem arzt ja das scheint so ja so fachst du schaust mal die quest rein ach nee der feminäre notstand ist noch da ja ja die quest zieht jetzt quasi noch weiter ich muss mal kurz zu der ärztin ja was so hat war es noch pokal andere spiele warten so wo den wahrscheinlich schon am fallstuhl wir haben eigentlich noch gar nichts weiter geschafft nur die in den nebenquests wir haben 1 2 missionen geschafft und jetzt sind wir die ganze zeit ja an einer nebenquests festgegangen die ganze seien ja ich sag mal so hätte ich jetzt nicht gewusst dass man die in so einem polizeiauto findet denn dann hätten wir akte gehabt weil ich habe mich lowick singleplayer mäßig über eine stunde habe ich gesucht weil du nämlich wenn der quest auf karte anzeigen machst dann zeigt er dir irgendwo so einen bereich total in der pampa und da ist nur wasser da findest du keine waffe water what 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 wenn ich mit auf der welt gekommen wirst du nicht glauben jetzt ist der dunkel draußen oder ja cool alter ich gehe nicht im dunkeln raus warum nicht das kannst du vergessen ich gehe hier unten pennen mach doch so vor dich dann alter ey du überlebst nicht wir kommen doch nicht mal heile bis dahin was ist denn was ist denn hier von weicheier jetzt müssen wir über der pen gehen und dann wieso ich bin da und jetzt können die da warten die schnaukel können da hingehen ich komme ich komme tippe bei mir hier am bett ich gehe nicht raus nachts ey das ist die hölle ich habe dich doch nicht wie eine pussie alter oder du verlierst nur xp ohne ende wenn du ständig stürmst sechst du bist ich fette mich ständig zurück äh da ist er ja schon cool zwei windigkeitspunkte bekommen ja versuch den zu kennen gibt es auch noch trofäe ja immer weg da geht mal weg da ne bei der verbrennt nämlich noch nicht mal der sack 15 wendigkeitspunkte das ist schön dass du du bist dass der verbrennt aber du gehst trotzdem ne ich wollte gerade ausprobieren alter der rennt weg der rennt weg der rennt weg der ist größer doch oh 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 zick 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 jetzt hört doch mal auf mit dem scheiß dinger und ich liege am boden apropos oh ich gehe jetzt rein oh jetzt sind jetzt weißt du oh komm wir gehen rein weg 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 ich sage ja nachts das ist die hölle hier ich hau ab und das nächste zuck hier ja 25 wendigkeitspunkte habe ich noch etwas stärkeres an waffen hier irgendwie bei jetzt gerade heute so und bitte bist wahrscheinlich jetzt immer voll ich bin jetzt einfach mal mit roher alter komm 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 eh nicht rein wir haben wir wir haben gekillt geil Alter LUL Trophäe du hast dich gekillt oder was JAAA ich hab grad irgendwie auch nichts auf ich hab nicht die Trophäe 152 Dollar ne ich hab's auch nicht gekillt komm her komm her jetzt wird Crash übermütig jetzt oh jetzt ist es schon 3 Leute jetzt ist es 3 NEIN ja wieder in die Kill sauber ich hab Trophäe ja ich hab ein Trophäe hier ich lebe im Dreck neben Achtung endlich Munition oder so komm mal zurück komm mal zurück ja jetzt haben wir doch einen getötet ja man huah neue Kraftweisheit ich werde mich immer wieder überleben oh fack fack kann ich mich immer wieder überleben ja ich bin nur selber tot danke ich bräuchte mehr Energie ach man hier holt die ganzen Typen weg die kommen ja durch wieder ich heile mal uns ich heile mal ich heile mal Blue oh wie gemein ich hab nix bekommen jetzt weil ihr die alle erledigt habt kommt euch wieder boah wie fies 100 Dollar bringt der echt ich halte dir die schelten Taschenlampe wieder ein ich hab hier Fertigkeitspunkte oh überlebensrang ähm äh loquent ich kann mir mal erinnern sagen wie ich meine Taschenlampe anschalte ich krieg meine Taschenlampe überhaupt nicht an steuerkoll ist nach oben steuerkoll ist nach oben ach ja genau verbessert die Fertigkeit im Hersteller von Gegenständen sie können aus der gleichen Menge Materialien mehr gegen oh das ist gut habt ihr jetzt einen Trophäe bekommen ich hab keine bekommen weil ihr habt mir die ganzen Typen weggeschnappt oh sorry gehen wir nach vorne auf der anderen Seite dann genau da wird bestimmt noch einer rumtanzen wir müssen los kann mich mal jemand heilen auf der Karte sieht man ja die Viecher richtig 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 ich muss mal meine Lampe meine UV Lampe an Start bringen ohne die äh so ich werde mal oben meine Fähigkeitspunkte verteilen ich hab ja Punkte gekriegt also jetzt ist keiner mehr da ach komm mal doch jetzt kommt er jetzt kommt er ja habt ihr ihn wo denn an welchem Ausgang bist denn du Blue andere Seite ah hier drüben und ja der steht hinter mir ja ja komm komm Blue locken wir an genau sauber komm wir an hier warte 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 ich komme nicht wegrennen Digga nicht wegrennen komm zu mir komm her komm her komm her komm her komm her ey kuck mal wir können ihn hier reinloggen und dann kicken wir einfach erst ins Feuer Well kicken 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 Wie leur in wie sie waffen die effizienter zack Hau rauf, hau rauf! Hau rauf! Oh, meine Fertigkeit, äh, meine Dings ist runter. Ich muss mal wieder auffüllen, meine, meine... Moment, Moment, Moment. Ja, 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 ich, ich... Komm mal her, hier. Oha! Okay, jetzt bin ich im Arsch. Lass mir den Typ, ich will auch ein Trophäe haben. Ja, deswegen, lass den mal, Onkel. Komm mal her, hier, Blue, Stimmlein. Ich brauch mal Energie, bitte. Ja, will ich gerade machen. Komm, das ist der erste Trophäe, die ich jetzt heiß drauf bin. Der erste Trophäe sind bei den ganzen Playstation, äh... Kick, kick mir ins Fass! Nee, einfach drauf, hau. Ich will, ich... Ich will aber jetzt ihn nicht unbedingt, äh, treten oder sowas. Hey, der ist hier drinnen, Alter! Alter, wieso kann er mich hier drinnen holen? Fuck! Durchrennen, durchrennen, durchrennen! Durchrennen! Komm mal zurück! Onkel muss bisschen zurück. Gib mir mal Energie, bitte. Hat mal jemand welche? Ne, geht nicht mehr. Ich hab keine Medi-Pack mit, ich hab alles verbraucht. Aber wir sind ja... Ne, ne, von daher. Okay, du musst jetzt... Du musst jetzt rauf. So, hau! Da kommt noch ein. Da kommt noch ein, wo sie zwei! Das war's weiter! Wo, aus meinen Arsch! Oh fuck, 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 mal, ich will nicht mehr nicht mehr! Hälte mal, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Hälte mal, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, was? Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. neuer uhr heute nochmal er steht jetzt haben wir ein Problem, mach mal UV und man damit sie wegrennen toll, jetzt hat er sich ja wieder eingekriegt, jetzt ist der eh Sturm wer ist denn das androhend? ich war es nicht, ich hab versucht, dich wieder zu überleben jetzt ist der schon wieder tot man komm, der hat nix mehr jetzt rennt er weg, verdammte Angst, das fällt ah scheiße, er ist weg den Christen ist nicht mehr jetzt wird die haben wir den ja, haben sie den jetzt? hier ist er, los er, los er, los er hier oben, auf dem Dach, auf dem Dach er ist grad durchgebrochen hier oben auf dem Dach ja, ich bin doch schon auf dem Weg ne, ich bin doch hier unten ne, ist er nicht tot, komm her, komm her wo ist er denn? hier, hier hier, hier hier unten, hier unten, hier unten, hier unten rennt er die Sau rennt weg alter, wie der rennt das ist ja Wahnsinn bleib da, 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 du Schwein ich renn mal hinterher ich bin auch noch hinterher, ich weiß aber nicht wohin da ist er da ist er hier, ist er hau drauf, hau drauf hau drauf, Onkel oh, andere Zombies, auch böse oh fuck, mit der Herren, einfach nur mit der Herren und ignorieren wo ist er denn? ja, die Sau ich bin, ich bin hinter dem ich brauche Energie, das ist mein Problem hm, ich habe auch gerade das Problem er hängt doch jetzt, er hängt doch jetzt ja, er hängt, hau rauf schau doch schon wie blöder und so auch gerade so eine scheiß Waffe lauf, 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 lauf heute läuft, rennen wir den Bauern hinterher, alter die hinterher, ja, hau rauf da, die Sau alter wo ist er hin? hoch, 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 hoch hoch, hoch, hoch aufs Dach scheiße, ich hab ihn nicht mehr, ich find ihn nicht mehr auf Dach ja, ich bin noch auf Dach wo ist denn der hin? ihr seid da loben, der ist auf Dach und dann seid ihr geradeauseloben, wohl gesagt hinter dir, hinter dir, hinter dir auch kein großer, oder? so ein scheiß, ey holen wir erst mal Onkel aus dem Dreck hier wow uuuh, scheiße scheiße, jetzt ist er weg, ey jetzt ist er weg, verdammter Axt, ey ja, äh wow, was, die sind hier an Zombies, ey ich frag mir aber sowieso, was die die, was die Dinger aushalten, ey, das ist ja Wahnsinn ja, da kommen mal steckere Waffen ja, da kommen mal steckere Waffen was, Trophäe Forscher, oder was? ne, nicht, nicht Trophäe Forscher sondern so eine Auszeichnung vom Spiel irgendwie Forscher Rang Forscher oder sowas keine Ahnung ich baue mir erst mal grad ein paar Medikits hab mir noch Thema Alkohol ne, oder? kannst du herstellen und kannst du kaufen ja, ja, ich baue mir, ich baue mir die Dinger mal selbst nein grüße, frausen, bohren, oder so ja, die Kiste ist geknackt, ja jo boah, was denn hier so, okay, dann ich nicht so nicht was ist so, lass mal, äh, zurückgehen, ne? ja, bis ich zurückgegehe jetzt zu dem Punkt runter, oder? aua, bin ich blöd ja, dann meine ich ja, hier zu dem Questpunkt da, ne? ja weil da ist die, äh, wir müssen ja zu diesem, diesem, diesem Pornshop diesem, diesem Dingsshop und da diese Actionfigur holen Pornshop ja, Pornshop heißt, äh, Dings hier, ne? ja, ähm Paffen, nicht Porn das wird aber Pornshop ausgesprochen ja, ich weiß, aber, aber ne, aber ne, ja, aber das wird geschrieben, das wird P-A-W-N geschrieben ja, P-A-W-N, ja, ja, klar ne, nix klar, da wurde ihm nix klar ich hab ja nicht Porn hier gesagt ich hab ja nicht Porn hier gesagt, sondern Porn Pornshop, Porn ich bin hier eben weißt du, was Dui unser Fehler war? dass wir mit der Taschenlampe die mit der Ehe nö normalerweise zieht Licht, die Viecher an ne, ich will hier nicht wieder knacken Zombies grad auf der Fress geflogen was hält die denn hier eigentlich? hier hier bist du knack? ich, ich, ich pass auf hier ja, ich pass auf hier weil hier nur so ein Bauer rumrennt ja, komm weg yeah ist auf jo die haben wir die Kids ja, die Kids sind nämlich immer gut hier drinne? eins, zwei eins bei mir waren zwei drin bei mir ist irgendwie nix drin echt? vielleicht wenn du dich knackt hast hast vielleicht zwei bekommen kann vielleicht sein hinter dir ja oh oh komm, wir haben ein Zombie von der Mono geflogen haha wovon, 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 wovon ditte eben ey da kam von hier vom Dach geflogen jaaa ja, seit wann die Zombies sind die Legenden, ne? ja, das ist aber schon das ist aber schon lustig anzusehen, ne? diese pozzilichen Tierchen die so miteinander agieren haha haha so, hier ist die Kasse äh, wir müssen, ja wieder rüber wo ist ein Onkel, äh, Blue äh, jetzt sind wir alle durch hier haha Odin Odin wenigstens hab ich nicht nur die Krankheit nee, ich hab ja noch dieselbe Macke das ist völlig fien haha hab mir noch nie so aufgefallen yeaaaay ja, man geht immer so seine Liste durch, ne? oh, aua brennt der, wieso brennt denn der jetzt? ich hab ja ein Feuermesser ach so dann dürf ich ihn ja nicht angreifen oh ich bin hier, hier ist ein Punkt was ist denn hier? ich hab einen Punkt gefunden wie soll ich hier? ach, ich hab einen Umspannwerk gefunden ey das ist doch schon wieder die andere Mission jetzt, das ist doch wirklich lang das ist eine komplett andere Mission, alter mach die mal noch nicht obwohl das auch nicht in der Mission ist, ne? mit dem Umstaunwerk da kann ich's doch mitmachen ne, eben nicht weil du wirst da hundertprozentig sterben, Digga weil das sind einfach zu viele Zombies ne, das ist nur so klinges Ding ich brauch hier ne Scheibe äh, ein Schalter einschalten ja eben nur ein Schalter einschalten komm scheiß mach, da brauchen wir nicht nochmal hin zu rennen ich muss mal gucken wo der ist hier reparieren ok wir müssen hier hoch hier oben ist dieser Laden ach jetzt halt jetzt noch was zum Knacken ach, ich muss jetzt mal ein Schloss knacken ne, ich muss zum aufmachen nur so zum aufmachen oh yeah guten Tag er brennt Höhöhöhöööööööog Pfff Ich hab grad vorm'IA die Treppe runterschmissen Geil ne doch, das war richtig hier ich hab mich echt in diese Messer verliebt schnäme warum, aber die sind echt cool ja die sind echt cool ich war er, erst hoch und haben wir immer die ganze Zeit und jetzt benutze ich hier Messer, die sind echt cool die Diener. Da musst du aber noch mit Strom abschließen. Habe ich ja, ich habe jetzt gerade Flamme und gerade habe ich eben so Strom gemacht. Strom ist wie geil. Ja, das werde ich gleich mal testen. Ich versuche hier gerade Strom anzuschalten, aber hier ist irgendwie nichts zum Anschalten. Die Kabel, muss ich die jetzt hier anschließen oder was? Cooles Teil. Wer ist denn jetzt schon vorne bei der Mission? So wie es aussieht. Ne, ne, ja in der Nähe, aber ich bin hier gerade noch an so einem Häuschen, was man einnehmen kann. Oh, 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 oh. Ah, hier zeig ich die Scheiße. Was man einnehmen kann. Gut, Erfie, eins ist noch übrig. Eins ist noch. Sehr gut. Ja. Ja, ja. Ja. Jetzt mal gucken, ob ich jetzt wieder rauskomme. Ach, hier oben raus. So, seid ihr? Da hinten seid ihr. Ne, mache ich gerade noch mal so ein Ding. Habt ihr auch 1000XP bekommen? Ja. Sehr gut. Ach, du bist im Lager. Ja, ich hab's im Lager gerade freigeschalten. Obwohl ich dann aber finde, man müsste in den Lagern irgendwie ständig dann irgendwie noch Sachen wissen, bis wir zu essen finden. Ja, ich finde so was wie Essen, trinken, wo was hätten sie ruhig ändern können. Ja, ein paar Schokorie, so was hab ich schon gehabt, aber das verraten wir auch. Ja, ich auch. Ne, richtig, dass du Hunger hast in so einem Schreck. Ja, stimmt, dass man sich um Essen doch so kümmern muss, oder? Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr. Ich hab ja irgendwie einen kleinen Punkt. Ach, das ist ein Händler. Ich habe nur gute Wagen an mir im Bus rein. Hallo, Freunde. Freunde. Krieg jetzt, Schläger. Ach, was hab ich denn jetzt geworfen? Nur für kurze Zeit, Moll. Will ein Schnäppchen Mr. Nebler sein und... Jetzt hab ich den Gott vergiftet, oder was? Ach, warte mal, ich könnte ja mal... Entflammbare Flüssigkeit, ach so. Toll, der hat Metallteile, aber auch gar nicht. Wessen sind der hier dumm rumsteht, Blue Hunter? Was willst du? Ich muss jetzt mal einen Schluck trinken, ey. Ich muss jetzt mal einen Schluck trinken, ey.